Christian Wulff Warum der Bundespräsident wirklich zum Abschuss freigegeben wurde Es ist schon merkwürdig, nun sind sich alle wieder einig. Christian Wulff ist als Bundespräsident untragbar geworden. Immer mehr Politiker äußern sich eindeutig. Einzelne fordern jetzt den Rücktritt der Witzfigur. Und die Medien? Sie schäumen. Nach dem Bekanntwerden mehrerer Versuche Wulffs, Veröffentlichungen über sein Privatleben zu verhindern, steht in Sachen Pressefreiheit kein Stein mehr auf dem anderen. Zu Recht, das ist keine Frage. Politiker und Bundespräsidenten haben nichts zu suchen in den Entscheidungsetagen großer Zeitungs- und Fernsehverlage. Doch was steckt wirklich hinter der seit Wochen andauernden Aktion gegen Angela Merkels Kronprinzen aus Schloss Bellevue, dessen Hannover-Connections und Privatangelegenheiten sowohl bei den Boulevardmedien als auch bei einigen Politiker-Kollegen bei seinem Amtsantritt doch schon weitgehend bekannt gewesen sein dürften? Es sei nochmals betont, das, was an Vorwürfen gegen den deutschen Bundespräsidenten derzeit vorliegt, ist verheerend. Und es soll auch nicht entschuldigt werden. Aber man sollte lieber zweimal hinschauen, wenn eine öffentliche Person derartig zum Abschuss freigegeben wurde, wie dies mit Christian Wulff schon weit vor Weihnachten 2011 begann. Bundespräsident Wulff ist nämlich nun wirklich nicht der erste Politiker, der versucht hatte, Einfluss auf die Medien auszuüben. Man muss nicht erst im düstersten Kapitel unserer Geschichte suchen oder die später hochgefährliche Propagandamaschine der DDR-Regierung beleuchten, um fündig zu werden. Auch aus jüngerer Zeit gibt es zahlreiche Beispiele, wie eng Politik und Medien in Wahrheit miteinander verzahnt sind, wie einig sie seit langem zusammenarbeiten. Jahrelang vertuschte Spenden oder hochbrisante Korruptions- und Kindesmissbrauchsaffären, in die ranghohe Bundespolitiker verstrickt sind und die bis heute vor allem auch durch politisch korrekte Massenmedien nicht aufgeklärt worden sind, sprechen ebenso Bände wie die zunehmend verarmenden Parteien, die die bundesdeutschen Medien regelmäßig als strategische PR-Waffen im Wahlkampf missbrauchen. Seit dem plötzlichen Ende von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Bränder, der durch beharrliche Intervention des damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch von der CDU seinen Hut nehmen musste, ist das Geheimwissen um derartige Verflechtungen auch längst beim Bürger zu Hause angekommen. Hochbrisante Recherchen mutiger Journalisten bleiben heute dennoch meist unter Verschluss. Keine Zeitung, kein Sender veröffentlicht sie. Eine Art Geheimkodex verhindert die öffentliche Wahrheitsfindung, auf die der zahlende Bürger ein Recht hätte. Eine Jagd, wie sie derzeit auf Christian Wulff stattfindet, wo man auch den letzten Vorwurf herbeizerrt, um den Mann jetzt zu Fall zu bringen, findet merkwürdigerweise auf andere Regierungs- und Parteivertreter nicht statt, obwohl es da eben durchaus gute Gründe gäbe. COP-Autor Udo Ulfkotte schrieb vor einem Jahr unter der Überschrift Sex auf Kosten der Steuerzahler die Bordellbesuche unserer Politiker, wenn Ermittlungen gegen Politiker aus politischen Gründen unerwünscht sind, dann müssen sie auf Weisung der Politik still und leise eingestellt werden. Zumindest darf die Öffentlichkeit nichts über solche Verfahren erfahren. Deutsche Journalisten sind häufig Diener der Macht und halten sich daran, obwohl sie eine Aufklärungspflicht gegenüber der Öffentlichkeit haben. Warum also waren Ermittlungen gegen Christian Wulff plötzlich offenbar erwünscht? Ulfkotte nannte unter anderem die Friedmann-Affäre, in der es um osteuropäische Zwangsprostituierte und Kokain ging. Der damalige deutsche Bundesinnenminister Otto Schily von der SPD hatte sofort nach Bekanntwerden die Ermittlungsakte an sich gezogen. Denn als Kunde der Zwangsprostituierten tauchten dort neben Michel Friedmann eben auch mehr als 160 weitere bekannte Namen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Medien auf. Unter ihnen ein Fußballtrainer, drei Fußballer der Bundesliga, zwei Schlagersänger, 17 Politiker, acht Unternehmer und 34 Journalisten. Auch wenn es darum geht, dass die Bundesregierung unliebsame Entwicklungen ihrer Protagonisten nicht in der Presse wiederfinden will, so ist es ein leichtes für sie, die ach so unabhängigen Medien immer wieder vor ihren Karren zu spannen. Als es beispielsweise bereits im Frühjahr letzten Jahres um die dramatischen Probleme rund um den Euro ging, forderte Kanzlerin Merkel die deutschen Medien schlicht und einfach auf, die Bevölkerung nicht über die wahre Lage und über einen möglicherweise bevorstehenden Euro-Crash zu unterrichten. Das alles fand im Staatsinteresse statt. Die Medien vertuschten daraufhin wie befohlen für lange Zeit die gefährliche Wahrheit und verbreiteten im Staatsinteresse Unwahrheiten und Lügen, um möglichst, wie die Kanzlerin gebeten hatte, keine Panik zu verbreiten. In Deutschland gäbe es eine Menge von Untaten unserer Politiker, die endlich durch die Medien aufzuklären wären. Dagegen machen sich die Vergehen des derzeitig amtierenden Bundespräsidenten fast wie Petitessen aus. Doch öffentliche Aufklärung erfolgt offenbar immer nur dann, wenn der betreffende Kandidat aus welchen Gründen auch immer weg muss. Dann legt die Mainstream-Presse gemeinschaftlich los. Wer in diesem Zusammenhang das Wort Gleichschaltung benutzt, kommt als nächstes auf die Liste. Ging es in der Wulffsache also um ganz andere Vergehen, die ihn als nicht mehr tragbar, als nicht mehr verlässlich zum System gehörend auswiesen? Spekulationen über ein mögliches Rotlichtvorleben der jetzigen Präsidenten Gattin dürften als Hauptgrund ausscheiden. Denn auch wenn an der Sache etwas dran wäre, was bislang noch niemand bewiesen hat, so wären einschlägige Boulevardmedien die Ersten, die es gewusst haben mussten. Warum hätten sie dann so lange schweigen sollen? Oder andersherum, wenn derartige Beweise tatsächlich seit Jahren in Redaktionsschubladen auf Enthüllung warten mussten, warum wurden sie dann ausgerechnet jetzt im Internet verdeckt veröffentlicht? Auch das umstrittene Stasi-Unterlagengesetz, das zur Unterschrift des Bundespräsidenten bereit lag, kann nicht der Grund gewesen sein. Christian Wulff hatte es, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, am 23. Dezember 2011 unterschrieben. Nun mag man spekulieren, ob er bereits unter Druck stehend, weniger geprüft und schneller unterschrieben haben mag als geplant, aber alles in allem keine Relevanz. In den Medien war in derselben Zeit längst nicht so viel darüber berichtet worden wie über Wulffs Privatleben. Bleiben als mögliche Gründe für den konzertierten Vogelfrei-Beschluss nur noch Wulffs Klartextreden in jüngster Vergangenheit. Zum Beispiel hatte Wulff auf dem deutschen Bankentag Ende März 2011 die Bankster ordentlich abgewatscht. Manche politische Beobachter waren schockiert. Passten diese harschen Warnungen so überhaupt nicht zu den damaligen Rettungsaktionen des verzweifelten Mercosiduos? Natürlich klingt seine Mahnung von damals, wer zur Elite eines Landes gehören will, muss auch Vorbildfunktion und Verantwortung übernehmen, ohne wenn und ab.